Das ist Frank. Und das ist Petra, seine Golflehrerin. Frank verbringt zurzeit jede freie Minute auf dem Golfplatz. Warum das alles? Frank ist ehrgeizig und will beruflich steil die Karriereleiter hinauf. Golf spielt er schon einige Jahre. Doch nun hat sein Chef vorgeschlagen, dass sie einmal gemeinsam Golf spielen. Und neben dem möchte Frank auf keinen Fall alt aussehen. Frank, was ist mit Ihnen? Sie sehen besorgt aus. Alles gut. Ich bin zurzeit nur etwas im Stress. Ah, der Kirschkuchen. Oh, was ist das? Ach herrje, auch das noch. Mir ist ein Stück vom Zahn abgebrochen. Ah, so ein Mist. Das hatte ich schon mal. Und ich hasse den Stress beim Zahnarzt mit diesem blöden Abdrücken. Ich kriege dabei fast das Würgen. Und die vielen Termine wegen eines Zahns. Oh, da habe ich einen Geheimtipp für Sie. Ich kenne jemanden, der hat das gleiche Problem in nur einem Termin gelöst bekommen. Zudem ohne die eklige Abdruckmasse im Mund. Ich habe mir das von meiner Zahnärztin einmal erklären lassen. Der geschädigte Zahn wird gereinigt und dann mit digitaler Technik mit einem Scannerstift abgeformt. Dann wird das fehlende Zahnstück im Computer nachkonstruiert. Das Ersatzstück wird gleich in der Praxis aus einem Keramikblock gefräst und dann sofort am geschädigten Zahn eingeklebt. Aber das ist doch nur ein Provisorium, oder? Nein, das ist dauerhaft und vor allem auch ästhetisch optimal. Auch weil das Ersatzstück genau Ihre Zahnfarbe hat. Das ist ja super! Ich hole mir gleich morgen einen Termin. Zahnersatz in einer Sitzung. Hätten Sie das für möglich gehalten? Fragen Sie doch mal Ihre Freunde!